Herzlich willkommen zu einem neuen Review von TopTrends. In unserem heutigen Video werfen wir einen gründlichen Blick auf den HomePenny SmartVac 11, einen kabellosen Akkustaubsauger, der mit beeindruckenden Features wie einer Saugkraft von bis zu 45.000 Paar, einer Laufzeit von bis zu 60 Minuten und einem innovativen Touchscreen-Display ausgestattet ist. Ob du Tierhaare entfernen, Teppiche reinigen oder einfach nur deinen Hartboden auf Vordermann bringen möchtest, dieser Staubsauger verspricht, eine große Hilfe zu sein. Lass uns in die Details eintauchen. Der HomePenny SmartVac 11 zeichnet sich durch ein modernes und funktionales Design aus. Mit einem Gewicht von nur 1,58 kg ist er leicht und damit ideal für die Reinigung verschiedener Oberflächen sowie das Tragen von Raum zu Raum oder sogar Treppen hoch. Der Stiel des Staubsaugers ist höhenverstellbar und kann zwischen 90 und 138 cm eingestellt werden, was eine komfortable Nutzung für jede Körpergröße ermöglicht. Die Anti-Tangle Bodenbürste des SmartVac 11 ist mit einer Breite von 25,5 und einer Dicke von 5,5 cm speziell dafür konzipiert, Haarverwicklungen zu reduzieren. Die Bürste enthält rotierende V-Bürsten mit einer Kombination aus weichen und harten Borsten sowie 5C-Motorbürsten, die eine effektive Aufnahme von Haaren und eine Reduktion von Verfilzungen ermöglichen. Der kabellose Staubsauger HomePenny SmartVac 11 wird von einem bürstenlosen 550 Watt Motor angetrieben, der mit bis zu 180.000 Umdrehungen pro Minute arbeitet und eine außerordentliche zyklonale Saugkraft von bis zu 45.000 Paar entwickelt. Diese hohe Leistung sorgt dafür, dass Staub, Krümel, Tierhaare und anderer Schmutz effizient von deinen Böden und Teppichen entfernt werden. Darüber hinaus ermöglicht die Einstellung der Saugkraft in drei verschiedenen Stufen eine flexible Anpassung an verschiedene Reinigungsaufgaben und Oberflächen. Der HomePenny SmartVac 11 setzt auf eine erweiterte Akkukapazität von 8x2500 mAh, was ihm eine beeindruckende Laufzeit von bis zu 60 Minuten bei minimaler und 20 Minuten bei maximaler Saugleistung ermöglicht. Diese lange Laufzeit macht ihn ideal für die Reinigung großer Flächen und ganzer Wohnungen oder Häuser ohne die Notwendigkeit, den Akku zwischendurch aufzuladen. Die volle Aufladung des Akkus dauert lediglich 4 bis 5 Stunden, was relativ schnell ist und so dafür sorgt, dass der Staubsauger rasch wieder einsatzbereit ist. Eines der herausragenden Merkmale des HomePenny SmartVac 11 ist das All-in-One-Touchscreen-Display. Über dieses empfindliche Berührungssensorsystem kannst du ganz einfach die Saugkraft einstellen und den Betriebsstatus des Staubsaugers in Echtzeit überwachen. Die vergrößerten Symbole auf dem Display sind besonders benutzerfreundlich und kommen auch Personen mit eingeschränkter Sehfähigkeit entgegen. Der HomePenny SmartVac 11 zeichnet sich durch ein hochentwickeltes Filtrationssystem aus, das aus fünf Schichten besteht und eine effiziente Luftreinigung gewährleistet. Dieses System fängt 99,99% der Partikel, darunter Staub, Bakterien und Staubmilben, die kleiner als 0,3 Mikrometer sind, zuverlässig ein. Es ist daher besonders geeignet für Allergiker und Haustierbesitzer, die eine besonders saubere Umgebung benötigen. Der Staubbehälter des Saugers fasst 1,5 Liter, was einen umfangreichen Reinigungseinsatz ohne häufiges Entleeren ermöglicht. Das Leeren des Behälters ist dank der Ein-Klick-Entleerungsfunktion besonders benutzerfreundlich und hygienisch, wodurch direkter Kontakt mit dem eingesammelten Schmutz vermieden wird. Zudem ist das Filtersystem waschbar, was die Wartung des Staubsaugers erleichtert und dazu beiträgt, dass die Saugleistung und die Filtereffizienz über die Zeit erhalten bleiben. Beim Kauf des HomePenny SmartVac 11 erhältst du ein umfangreiches Paket an Zubehör, das dir hilft, verschiedenste Reinigungsaufgaben zu bewältigen. Im Lieferumfang enthalten sind der HomePenny Akku-Staubsauger selbst sowie eine Wandhalterung, die eine praktische und platzsparende Aufbewahrung des Staubsaugers ermöglicht. Eine Fugendüse für die Reinigung von schwer zugänglichen Ecken und Ritzen. Eine 2-in-1 Bürste, die sowohl für Möbeloberflächen als auch für empfindliche Stoffe verwendet werden kann. Eine Mini-Reinigungsbürste, ideal für die Tiefenreinigung kleinerer Flächen oder Textilien. Ein HEPA-Filter und ein Schwammfilter, beide essentiell für das hochwirksame Filtersystem. Ein Adapter für das Aufladen des Staubsaugers. Eine Kurzanleitung und ein deutsches Handbuch, die dir helfen, alle Funktionen des Gerätes optimal zu nutzen. Der HomePenny SmartVac 11 ist ein leistungsfähiger, vielseitiger und benutzerfreundlicher kabelloser Staubsauger, der besonders für große Wohnungen oder Häuser mit unterschiedlichen Bodenarten und für Haushalte mit Haustieren oder Allergikern geeignet ist. Seine starke Saugleistung, die lange Laufzeit, das innovative Touchscreen-Display und das effiziente Filtrationssystem machen ihn zu einem Top-Kandidaten auf dem Markt der kabellosen Staubsauger. Die Kombination aus leichter Handhabung, vielfältigem Zubehör und der effizienten Reinigungsleistung bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. Wenn du nach einem zuverlässigen, leistungsstarken und einfach zu bedienenden kabellosen Staubsauger suchst, ist der HomePenny SmartVac 11 definitiv eine Top-Wahl. Bei Amazon erreicht der HomePenny SmartVac 11 Akku-Staubsauger eine Kundenzufriedenheit von 4,6 von 5 möglichen Sternen, bei derzeit über 4.200 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 250 Euro und mit dem zeitlich begrenzten Coupon über unseren Link sparst du derzeit zusätzlich 70 Euro. Das war's mit unserem Video über den HomePenny SmartVac 11 Akku-Staubsauger. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung den HomePenny SmartVac 11 Akku-Staubsauger zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum HomePenny SmartVac 11 Akku-Staubsauger haben? Schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal.